Richtige Familienpolitik für echte Familien. Unter diesem Motto präsentiert die FPÖ Oberösterreich ihre aktuelle Sommerkampagne. Denn die Familien sind das Rückgrat unserer Gesellschaft. Sie verleihen ihr jene Stabilität, die in Zeiten der Krise so dringend benötigt wird. Aus diesem Grund ist für die FPÖ Oberösterreich eine richtige Familienpolitik notwendig, die unseren Familien spürbar unter die Arme greift. Wir müssen die Familien unterstützen, ob es die Kinderbetreuung ist, ob es die Altenbetreuung ist. Bei der Wohnraumschaffung, wo wir sehr viele Initiativen in Oberösterreich als freiheitliche gesetzt haben, im Nachhilfebereich haben wir jetzt zwei Millionen Euro zusätzlich in die Hand genommen. In Wahrheit in allen Themenfeldern müssen die Familien vermehrt unterstützt werden. Bei der Sommerkampagne der FPÖ Oberösterreich steht der Bürgerdialog im Mittelpunkt. Es gibt eine Tour der FPÖ durch die Bezirkshauptstädte mit den Vorfeldorganisationen der Freiheitlichen, wo wir mit den Familien direkt in Kontakt treten. Uns auch Rückmeldungen erwarten, was die Politik noch verbessern sollte im Bereich der Familienpolitik. Also es geht hier auch um eine Interaktion, es geht hier auch um einen Austausch. Der Auftrag für die Politik ist somit klar. Politische Rahmenbedingungen schaffen, die die Familien nützen können, in denen sie sich selbstständig bewegen können. Und das zu transportieren, welche Möglichkeiten innerhalb dieses Rahmens von der Politik geschaffen werden, das ist unser Auftrag. Vor allem im Zuge unserer Sommerkampagne gibt es eine generelle Übersicht, wo Familien Leistungen abholen können. Denn einerseits wollen wir natürlich das Ohr bei den Familien haben, um noch mehr zu wissen, wo der Schuh drückt und das im Zuge eines Programms im Herbst dann zu gießen und auch mit den größten Kompetenzverwaltern der Republik, nämlich der Bundesregierung, endlichens besprechen, damit wir endlich ein ordentliches Entlastungspaket für unsere Familien auf Schiene bringen. Wir als FPÖ, als FPÖ Oberösterreich sind die Familienpartei in unserer Heimat. Wir setzen uns für echte Familien ein. Echte Familien sind die, zwischen Mann und Frau und wo Kinder daraus entstehen können. Auch Patchwork-Familien, auch die Alleinerziehenden, die sich bestmöglich um ihre Kinder kümmern. Aber ich denke, dieses Idealbild, das die Mehrheit der Oberösterreicher auch hat, das muss man öffentlich kommunizieren und das muss man unterstützen. Und darum geht es uns mit dieser Kampagne.